Ich weiß noch, als ich anfing mit dem Job, da wollte ich auch, oh, ich wollte ganz berühmt werden und ganz viel Fanpost und so. Und ich habe ja sehr früh einen ganz großen Film gedreht im Osten, der hieß Zille und ich, da war ich 19. Und da habe ich, ich war ehrgeizig ohne Ende, ich war ein unglaublich ehrgeiziger Mensch, auch in der Schule schon. Ich war auch immer super gut in der Schule und zerfressen vom Ehrgeiz. Und dann war dieser Film und dann dachte ich so, okay, jetzt hast du eine Musical, die Hauptrolle und mit bergeweise Fanpost. Jetzt hast du das alles. Hat das jetzt dein Leben irgendwie verändert? Nicht wirklich. Also nicht wirklich, wirklich nicht. Wirklich. Und dann bin ich ruhiger geworden. Und es war ganz gut für mich, dass das so früh stattfand, sonst wäre ich vielleicht irgendeinem Traum viel, viel länger hinterhergerannt, ja. In GZSZ zum Beispiel freut es mich total, weil ich spiele da die Mutter eines Sohnes, der extrem Berlinert. Und da habe ich gesagt, da will ich auch total Berlinern. Und da stand zum Beispiel, da habe ich die Bildzeitung auf, ich bin bekennender Bildzeitungsleser, habe ich aufgeschlagen. Und ich so, ich stehe in der Bildzeitung zu meinem Mann und sie so, oh Gott, was hast du angestellt? Die dachte ich, ich habe irgendwas gemacht. Ich sage, da stand das drin, da stand eben Stimme von Julia Roberts und da war ich auch ganz froh, dass ich da Berlinern kann. Weil wir Berlinern, da hört mich nochmal total anders an und dann ist das die ganze Zeit so und dann erkennt es überhaupt, ja, keiner mehr, wa? Ich muss sehr viel früher aufstehen, wenn ich einen Drehtag habe und bin sehr viel müder und gestresster. Und beim Hörbuch kann ich sagen, oh, ich fange erst um zehn an und das ist geil, das kann ich mir dann leisten, sagen, das reicht. Da komme ich auch noch gut in die Stadt rein, weil ich wurde ein bisschen außerhalb. Das ist der Unterschied ansonsten, ja, du musst halt gucken, dass die Haare frisch gewaschen sind, dass du einigermaßen aussiehst, dass du abends nichts, obwohl abends trinken darfst du auch nicht. Also trinken, also ich meine jetzt irgendwie gar nichts am besten, auch bei einem Hörbuch nicht, da musst du wirklich sehr aufpassen, dass du, weil sonst ist die Sprache nicht mehr sauber und du bist uns konzentriert. Ja, sonst ist eigentlich alles gleich. Beim Drehen musst du saubere Fingernägel haben, beim Hörbuch ist es egal. Ich mache ja auch unter anderem Station Voice von Klassikradio und von Radio Paradiso und das mag ich ihm besonders gerne, weil das zwei ruhige Sender sind. Und weil ich das zum Beispiel auch gerne, ich höre im Auto entweder Star FM, also richtig Hardrock, aber dann bin ich auch richtig auf Krawall gebürstet, wenn ich im Stau stehe. Oder eben Klassikradio oder Radio Paradiso, weil die beiden Sender sind so angenehm und ich merke, dass ich das ganz gut mit meiner Stimme herstellen kann, dass es so beruhigend wirkt, dass die Leute runterkommen. Das ist so ein, so was softeres, smootheres ist, das ist schon schön. Erstens mal Berliner, ich ja ganz furchtbar zu Hause und dann guckt mich mein Sohn an und sagt zu mir, Mama, sprich doch mal mit der Stimme aus dem Radio zu mir. So und ich zu ihm, Felix, wenn ich zu dir jetzt sage, Felix, du musst aber deine Hausaufgaben machen, du weißt, das ist total wichtig, sonst gibt es immer eine ganz schlechte Zensur. Wenn dann machst du das doch nicht, also mach das jetzt. So und das sind so Sachen, wo ich nein, also mein Mann sagt auch manchmal ja, kannst du nicht mal so erotisch zu mir sprechen. Also das machen wir da so. Ich sage, wir können ja mal ein Rollenspiel machen, dann kann man das machen. Aber ansonsten ist es natürlich, hat man halt die normale Stimme und dann ist das eine andere einfach. Bei Diana Goebbelt ist es so, dass mich viele Sachen natürlich inhaltlich wirklich interessieren. Sie hat ganz schöne Sachen, also da kommen immer wieder seitenweise wunderschöne Sachen, wo es dann um die Beziehung zwischen den beiden geht oder wo die Kinder mit dem Spiel stehen. Oder wenn es um diese Zeitreisen geht oder sie als Krankenschwester, die dann eben sozusagen Wissen aus der Neuzeit in die Alte bringt und so. Das finde ich total spannend, wie die dann Penicillin herstellt oder so. Lese ich total gerne, bin ich auch total dabei. Dann kommen manchmal diese Beschreibungen dieser amerikanischen Bürgerkriege, wo ich keine Ahnung habe. Das gehört halt dazu und sie ist Amerikanerin und wahrscheinlich kennt das in Amerika jeder und findet das irgendwie total spannend. Das finde ich jetzt nicht so spannend, aber das muss man dann einfach professionell lesen und so, dass es auch die Leute interessiert. Gemütlich, ja. Also ich bin auch so jemand, also es ist bei uns sauber und ordentlich, keine Frage, aber ich habe so Freundinnen, also eine, die hat vier Kinder und wenn ich zu der komme, denke ich immer, mein Gott, wie schafft die das mit vier Kindern, dass sie so sauber ist. Also so elekt, also da liegt auch nichts rum. Also einerseits fasziniert mich das total, andererseits setzt es mich total unter Stress. Also ich denke, oh Gott, du müsstest eigentlich auch so sein. Aber mir liegt immer irgendeine Zeitung rum oder irgendein Buch oder irgendwas, ja. Aber es ist halt jeder, wie er ist und meine Regale sind auch offen und da stehen halt die Bücher kreuz und quer und wie sie gerade hier lesen werden und so. Ich bin nicht so jemand, der dann so auf Kante lebt, aber das muss jeder für sich selber wissen. Aber eher gemütlich als akkurat. Also ich bin so jemand, ich lebe extrem um heute und jetzt und ich freue mich über jeden neuen Tag und ich will auch einfach, dass alles so bleibt, wie es im Moment ist. Das läuft und die Kinder sind super, alle sind gesund, meine Eltern sind gesund und das ist das, was ich mir wünsche und dass es so bleibt. Also an alle Fans von Diana Gabelton, jetzt kommt der neue Ein Schatten von Verrat und Liebe aus, das neue Buch von ihr. Und ich habe das diesmal ungekürzt gelesen und es lohnt sich total, das ungekürzt auch zu hören. Und ich bin ganz froh, dass ich das für euch machen konnte und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Hören und beim Lesen natürlich auch. Also am besten macht beides, weil ich stehe auch auf Lesen, aber auch beim Hören. Und ich bin ganz froh, dass ich das für euch mache.